Hallo. Hallo. Anna Los am Stissart. Und Aki Bosset. Aki Bosset is in the house. Wir sind am 29. beim Bundesvision Song Contest. Bundesvision. Buh wie so kommen. Auf Pro 7. Bei Stefan Raab. Und wir singen das Lied Frankfurt-Oder für Niedersachsen. Und wir wollten einfach nur um eure Unterstützung betteln. Das heißt, bitte, bitte ruft für uns an. Und vielleicht auch mehr als dreimal oder so. Leute, wir brauchen euch. Ihr Telefon, was ihr kriegen könnt. Und alle Telefone hintereinander. Ihr könnt tausend was für uns anrufen. Und ihr müsst pausen was für uns anrufen. Und wir brauchen eure Unterstützung. Ohne euch zu wenig. Genau.